so du bist jedenfalls bei mir auf der map ich habe 2000 bekommen weil ich ein guter führer bin du hast eine formel 1 wagen also der hier gibt es auch ja gibt auch rennen dafür ja ja Ich habe dich eingeladen. Okay. Na ja, machen wir das mal? So, kann man loslegen? Okay. 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 gta verkehr meines dass er naja ich will ich will auf den bürger steig rüber um dich zu überholen da biegt rechts ab der typ für jeder der weiße habe ich alter stehe ich reise worden hast du hast gerade gesehen die liegen glaube ich hier irgendwo ja die müssten hier unten und wo liegen hier oder hier habt ihr die aktuelle aktendasche ich weiß dass wir kopf haben warte ich rufe lässt dann doch alles gute kriege doch los so habe ich kein zeitdruck das ist egal die weg nachmacht war zur mission okay so ich habe die bübeln weggemacht ja schon müssen da hat sie nicht mal müssen die natürlich loswerden ja die ist ziemlich eng in die straße mal fest wie kontrolle fahrer aber der kommt formel 1 die von mir auch immer so alle abgehackt die kurzen an also nicht alle ich kenne einige da sind nicht gut so perfekt so hallo hallo so you found the play well you're the talk of the streets my friend i cannot call you that i feel we will be great friends hey look at this place isn't it beautiful a modernist wonder home very significant my business as a please here what it for her for him for her for her as a presser because i like as a business as a so der zählt sich einen zusammen mhm aber die war jetzt nicht besonders schwer die mission so ja dann wird es einmal heute hier feierabend haben wir ein bisschen was geschafft heute genau haben wir ein bisschen abwechslung reingebracht auf dem kanal und komplett ohne frust und streit mensch kann man wieder ändern naja alles gut klar ich heiße das nicht so müssen kohle wieder einzahlen wenn es auch nur 10.000 sind und dann hat man wieder ein bisschen hat man mal 750.000 konnte wieder so so